Nehmen wir ruhig ein Alt-F4 Ein Alt-F4-P Komm da nicht rüber über die Brücke, toll Auli, kann ich das Level jetzt Und du ruhig das einfache da Kannst hier rumschießen Das einfache? Du brauchst ja nur schießen, außer die Dinger kommen geflogen Seine Mutter kommt auch geflogen Bop 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 Ja da kann man nicht rein Ja zerschöner lässt Fuck Du weißt, ich bin gut Bop 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 Scheiße Schnell Weeeeeee Er hat's geschafft Und das beim ersten Mal des Levels Ich glaub es nicht, er hat ein Level beim ersten Mal geschafft Ey, ich krieg ein Raster Er hat ein Level geschafft Ähm, ne War's gut Ich kann doch Nacht machen Kann doch mal auch das erst machen Mach jetzt mal das Oh ne Wasser Level Und der Wasser Level Und der Wasser Level Fahre ich nicht Nein Ich fahr zu tief Kondomgeister Kondomgeister, genau Oh 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 oh, wenn du stirbst, ne Mh Mh, 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 mh Habe ich noch ein Leben Ja, hahaha, nur noch eins Mh, mh Ich seh da, ich seh schon Ich seh schon Seh schon Seh schon Seh schon das eine Leben Halt die Fresse Vielleicht jetzt so ein Arschloch, Leute Ne, warum Warum Zalum Zalum Kleiner Pilz Schwimm schneller weg Du wirst gleich wieder geöpfert Fuck Danke dir Du hättest einfach weiter oben schwimmen können Nein 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 Oh Jetzt hast du einen Vorteil Gegenüber den Kondompilzen Kondomgeister hab ich gesagt Nein, das sind Kondompilze Nein, Kondomgeister Hallo So, zu schnell gedrückt eben Ja, 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 ja Halt die Fresse Mach ich jetzt erst das eine Level? Ach komm Ach, Schluss Mach du erstmal das untere sonst fertig Nein, ich mein jetzt ist das Schluss Sag dir mein ich halt nur Da verkack ich so schnell Ich kann das nicht Da ist der blöde Fettsackfisch bei Du kannst das nicht so Ja, alles klar Schwimmt einfach durch Einfach durchschwimmen Scheiß auf den Pilz Ui Pass auf die Pilz Ne Jetzt hat er doch eh wieder vor dir ab Kommt er wieder Eins Ooooo Ooooo Uooo Bom, 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 bom Sag Mario Ja Ja auch voll die Nachteile hierbei. Ja. Wow, er hat es geschafft. Egal, Yolo. Hat es jetzt was gebracht, dir den Swap-Fun? Ja, hast du ja gesehen. Nein. Hi. Hi. Was machst du? Liegen wir. Togo anstoßen. Boah, das war knapp eben. Turbo! Du bist ein Tick zu früh hochgesprungen. Ach man, ich hätte es doch was schaffen können wieder. Du musst das machen. Ich habe ein Leben nur noch. Naja, schaffst du den Pitten. Den brauchst du nicht dafür. Nö. Schade, dass man den nicht im Spiel einsetzen kann. Ja. Das ging glaube ich hier bei dem einen Yoshi da, was wir da gespielt haben. Bei welchen Yoshi die mögen. Diese Kaiser-Formation davon. Wir haben keinen Yoshi gespielt. No, wir haben Mario, Marios World gespielt. Das war als erstes nach. Danach hatten wir Kaiser gespielt. In Super Mario World meinst du? Ja, Super Mario World. Da konntest du doch, weil da oben ja immer das Feld war dafür. Ja, das weiß ich doch. Ja, und hast du ja kein Yoshi-Spiel gespielt? Da war Yoshi mit bei? Ja, da war Yoshi mit bei. Ja, da war Yoshi mit bei. Ja, toll. Ja, da war Yoshi mit bei. Da war Yoshi mit bei. Also es ist ein Yoshi-Spiel. Ja, das kam es hier nach. Ja, das kam hier nach. Aber wir haben es vorher gespielt. Fuck. Ich sterbe immer gleich. Das weiß ich jetzt schon. Vor allem, ich habe gedrückt und der wollte nicht hoch, weil er zwischen schnell wieder runtergefallen ist. Ich frage mich, ich frage mich. Da sind wieder Level weg. Ich frage mich, ich frage mich. Das Level, das haben wir nicht. Ne. Oh, lol. Du musst auch vier oder fünf machen. Ah, ich weiß. Ich nehme jetzt meine Wahl. Meine Wahl fällt auf das. Meine Wahl fällt auf das. Ich muss auch drücken, du Arsch. Fliegen? Fliegen, fliegen, fliegen. Egal. Ich kann das nicht machen. Ich muss das hier machen. Hm. Aber durchfliegen. Ja, super. Ja, super. Ja, super. Ja, super. Spiel. Echt geil. Kann das sein, dass du das Level überhaupt nicht kannst? Oh, ich hasse dieses Level. Hey, mir kann das Level überhaupt nicht. Nee. Dass du nicht einen durchweicht. Ja, diese blöden Dinger. Wird nix. Wird nix. Wird nix. Können wir noch plus zwei. Die kann ich auch gebrauchen. Ja, die kannst du wirklich gut gebrauchen. Ja, das war ja dieses komische Wasser Level hier. Das hast du ja auch geschafft. Ja, aber auch nur, auch sonst weise. Ich krieg dich jetzt mal wieder weg. Ja, toll. Also viel Pilz. Geh da runter, geh da runter. Oh, da war es da der Pilz an. Ja. Du siehst du? Und das ist genau der Fehler, warum ich das jetzt gemacht habe eigentlich. Oh, ho, 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 ho. Hätt ich gar nicht machen dürfen. Ho, 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 ho. Einfach durch. Ho, 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 ho. Du mach mal deinen Lieblingsbilder. Oh, man, ich will das nicht. Doch. Ich aber. Ja, ich aber nicht. Ah, hi. Oh, willst du deine Kugel nicht, du Sausack? Eigentlich müssen wir einen auf Speedwarner machen und einfach durch die Level durch. Ja, super. Ich bin aber kein Speedwarner. Ich auch nicht. Wie der eine mit in einer Stunde neun Minuten Fallout durchgezockt hat, ne? Hm, hab ich gesehen. Das ist doch echt. Die Leute sind krank manchmal. Aber ich hab mir das nicht angeguckt, ich hab mir nur geguckt, wie viel der gemacht hat. Ich hab nur gesehen, dass der eine Stunde noch was steht, als die das gepostet haben. Ja, ja. Aber, Jolo, diese Scheiße hier. Wenn du zu schnell runterfällst, dass du nicht schnell genug wieder hochkommst. Ah, Jolo. Warum springst du? Ja, ich dachte, die wären da weg. Dem Opa. Ja, spiel. Oh nein, weißt du, dass du auch weg geht? Nummer 6. Oh, Mann. Mann, 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 Mann. Ah, guck mal, wir haben gleich schon wieder ne Stunde geschafft. Ja, das kann ja nur Content-Strecken sein. Das sind richtig Content-Strecken. Ba, ba, ba. Bei mir ist das ohne Absicht. Ja. Bin einfach nur zu blöd dazu. ich bekomme hab ich schon wieder verloren jetzt versuche ich mir da Leben zu holen, ich kriege eh nicht ach komm weißt du was einfach drücken hab ich beim einmal auch gemacht hab ich alles drei auf einmal das ist dafür nicht extra was gibt, wenn du alle drei auf einmal kriegst ein Leben können wir dieses ein Leben kriegen, wenn man alles verkackt oh man ey hallo hallo komm, machen wir das mal eben hier die Sache ist wenn du das Schloss geschafft hättest, dann hätten wir auch Stunden so weiter kommen können dann wieder weiß, er hätte eine Fahrtkette oder durch die Röhre gekonnt hätten lass das Ding doch da unten hängen ne, ich brauch den Pilz ja hui war du da wieder stirbst fast ja natürlich bräuch ich den hier siehst du ja was was warum bist du ernsthaft stehen geblieben ich dachte der fliegt da drüber der war so am Sprengen der blöde Hodenkobold dieser verkackte blöde Hodenkobold ne das war der normale Springer nicht der Flieger doch das war der Fliegi nein ja der kann aber auch fliegen ja aber der der springt und fliegt ach ja der rote schon der springt und fliegt dann irgendwann na ja du Hodenkobold na das ist grad ok ja lässt du den Pilz ernsthafter liegen ja ich lass ihn da liegen warte mal hattest du nicht vorher sieben leben weiß oh stimmt ja jetzt meinst du noch drei ich merke mir nicht auf was und entstrecken das ist der Content wenn ich's in die Pflanze springen ist ein Content Strecke ich weiß ich weiß ich muss diese Facepalm Sache einbauen so hm warum machst du das Level jetzt auch keine Ahnung einfach so das war mein schönes Level ja und ne Pilz hätte ernsthaft nach vorne fliegen müssen bei dir hm ne Mutter warum ich weiß es nicht ne der kann fliegen der rot aber auch ja wieso der guckt der kann auch fliegen und springen kackwürstchen oh lol what the fuck was denn klein scheißdinger hast du das grad gesehen tschüss tschüss lebens huah huah aber h genau reingesprungen so ja tschau ach ger la 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 ok jetzt konzensitrieren KAUANGA KAUANGA jetzt hast du da gemacht jetzt ich wollte dann rein ich würde springen vor der ruf springen doch das geht nein nein doch ich wollte ich das eigentlich machen wenn wir rutschen bist du nicht schnell genug da kriegst du das power teil nicht offen so würdest du das vielleicht das power teil auf meinst du dass das klappt bestimmt das hätte fast klappen können ich sag's ja auch noch fast dass es trotzdem nicht klappt nein nein erneut da rein streit man schon darum ob das klappt oder nicht das klappt naja aufschließ mal deine dinge ok Scheiße, das klappt nicht. Komm, hoch, hoch, hoch. Das klappt einfach nicht, man drückt so hastig. Das spielt scheiße. Ich glaube, es geht runter. Das Pilz. Ich hab verloren. Da geht trotzdem in die Richtung, ne? Willi. Ja, Willi. Ah, genau! Schmeiß die Dinger noch in meine Richtung. Ach, ihr stirbt. Das hat's geschafft. Ja, nach wie viel Leben? Nach drei. Ich hatte ja keine sieben. Ja, glaub dir. Hier mal den Pilz. Muss ich eh nehmen. Weil bei mir die Brücken unten sind. Ja, ne? Bob, Bob. Wow! Yay. Ich würd's hier nicht einsetzen. Du hast nur ein Leben. Weil wenn du Absturz und Level jetzt fertig hast, dann muss ich natürlich super. weißt doch, dass ich nur ein Leben hab. Fotze. Von sieben. Hm? Von sieben. Warte, sieben! Verkackt gelesen! Ich weiß. Ey, mit der hätte ich zwei Level machen können. Oder auch nicht. Na doch. Aber ich hätte ja zwei Leben mehr gehabt. Das heißt, ich hätte vier. Ihr hätt bestimmt ein Level mehr geschafft. Aber nur eins. Glaub ich ja irgendwie nicht. Doch, eins hätt ich bestimmt geschafft. Hä? Warum laufen die weiter, wenn du nicht mal läufst? Das ist zum Kotzen. Hast du eigentlich schon OP gesehen? Ja, hab ich schon. Aber, Junge. Ich mach dieses scheiß Cliffhanger, ehrlich. Das hier ist doch geil. Sprich, 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 sprich. Ha, 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 ha. Ha, 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 ha. Nein. Mach das nicht. Sprich lieber, das wird eigentlich gequetscht. Was ist jetzt davon? Hast du nicht? Haben wir nur raufgesprungen? Habe ich nicht gemacht. Ach, die hast du dafür. Toll. Nicht mehr. Schafft er es? Voll auf den Rauf und dann rüber. Das ist nicht Kaiser Mario. Das gilt aber trotzdem. Sicher geht das. Weil ich wäre auch so runtergefallen. Das ist ja das Problem. Habe ich? Wow, ich kann die nutzen. Kannst zwei Dinger nehmen. Schau dir. Ich nehme jetzt einfach irgendwen. Ich mache Augen zu. Lauf ich? Lauf ich? Warte. Nehmen wir jetzt auf die Mitte. Habe ich? Okay. Kaka-Blume. Boom, boom. Das andere kann ich auch noch machen. Ja, da bin ich doch eh nicht. Wie oft habe ich das schon gewonnen? Gar nicht. Ah, fuck you, Spieler. Ja, weißt du? Ab wann drückst du die Mitte immer? Wenn der ja rechts außen ist. Beziehung, wenn der außen ist. Du musst gut machen, wenn der innen kommt. Nein. Das klappt auch nicht. Doch. Bei mir, ja. Ach, ich sollte mich ja bewegen, da, bei dem Spiel. Na, wo willst du hin? Ah, fäng dich willst. Da lang. Er wollte abstürzen. Bum, 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 bum. Drei Und Schau Was war das? Ich wollte eigentlich auf dem Block stehen bleiben, der Block war so ... Sie wollten aber nur beim Flug machen ... Der Block meinte so ... Nö ... Nö ... Bob 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 Bob, Bob 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 so geil das bleibt aber so gut haben wir schon wieder halb 4 ich weiß wie spät wir es haben dreh 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 anfang 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 anfangs klark das war's gewiss Tritt erst mal die Schildkröcke weg Nein, wie kommst du denn da drauf? Hab ich doch nicht gemacht Mäh Mäh Ne, wo du ja jetzt das Leben holen können Bleiben Auch egal Bleib stehen Du schützt vorhin ab Du schützt sie, ich weiß nicht Du killst sie nur an der Schildkröte Hält mich ja kaputt gelacht Dass du an der Schildkröte noch stirbst Hält dich Du bist da talent Du bist da talenthaft für drinnen Ich hab noch ein Leben Egal No Wist, No Fun Ich hab ne Macht gegen euch Ficke dich Ficke dich Ficke dich Ficke dich Hähne zu den Viechern Hähne zu den Viechern Haben wir den auch noch getroffen Hähne Hähne Hier Hähne 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 Ach hier sind die Münzen gewesen Die du nicht nehmen kannst Ich fliege runter, Mama Hähne Aber hast gesehen, da drüben war noch ne Wolke Ja geh ich jetzt von hin Hallo Weg Jetzt schaffst du das aber, komm Ja nur weil du es bei mir gesehen hast Super Hä? Super, ist doch nicht schwer gewesen Ja weil man generell dagegen springt Hahaha Ausgetrickst du Waffe Hehehehe Oh Mann ey Hahaha Muha